ja hi und willkommen mein name ist dann die rolle p und ich bin mit dem mario master wieder wieder eine woche ist ist vergangen und wir sitzen immer noch auf unserem riesigen floß wir sind immer noch auf dem bloß mein gott ja wir sind immer noch auf diesem floß warum haben wir doch keine villa ja weil wir im titelbildschirm flos da ändert sich immer im t bildschirm irgendwie bei mir war irgendwie der charakter sagt irgendwie vor so einer weißen villa irgendwie hat halt nur so so eine bretter bude das finde ich diskriminierend was ist denn beim letzten mal passiert da heißt einfach durch den fluss geschwommen wird einfach ja so durch geflucht geschwommen das wagen haben wir haben wir überhaupt ein ziel war heute machen wollen wir wollen neue sachen damit wir weiterkommen also mein ziel ist jetzt hier überall so netze zu verteidigen damit jedes mal wir irgendwo ja vorbei schwimmen ja alles einsammeln ja mein ziel ist jetzt erstmal ein paar fische zu angeln weil unsere essens knappheit lässt langsam zu wünschen übrig ja ich tue es auch hier schon kartoffeln die ganze zeit reinpacken und da ist schon der vogel der vogel nein ich treffe nicht so ja alles gerne sehr gut ist also ob da das noch was gern jetzt da war das nicht reinpacken nichts einfach nichts einfach nicht wohl die ich will diese um platzieren weil ich will die ganzen netze und ein so ein ding ist hier im weg deswegen möchte ich das hier so wegpacken irgendwo anders ich hatte auch gerade nichts vorzupflanzen nicht ich will hier weiter angeln du sagst du hast jetzt irgendwie was in der hand gehabt wollte er zu reinpacken er hatte gerade nur samen samen in der hand womit ich aber nichts anfangen kann weil die fläche zu klein ist ok na ich habe die vogelscheuche weggenommen aber die kaputt wenn man die entfernt nein nein jetzt hast du auch noch eine vogelscheuche kaputt gemacht das haben wir weniger schutz naja ich sehe ich sehe schon vor wo mir irgendwann wäre wenn die vögel wieder anfangen unser zeug zu knabbern warte mal noch mal reinpacken können und kartoffeln muss unser essens dinge gestattet unsere essen sie ist ja noch wasser melonen kann man auch da reinpacken versuchen kann man schon mal nachher kann man bären auch einpflanzen bestimmt ich habe ich habe noch ein paar ich habe ein paar fische geangelt und zwar einen rohen lachs man auch man braucht ein großes ding zu kochen geben kann man nicht einpflanzen nicht warum wir dafür eine größere fläche weil er da steht da schon gar nichts also weil ich habe zwei wasserbelohnen und kartoffeln was haben wir nicht gerade drüben haben wir keine netten nee wir haben gerade keine wasser dürfte auch felsen wer wenn das nicht schon genommen hast dann nimmst du ich bin trinken noch über über die hälfte hälfte ich kümmere mich jetzt hier erst mal um essen war ich auch gleich es ist ja mich ganz leider dafür sorgen dass man mal wieder ein bisschen auf blut treffen weil ich sehe überhaupt kein irgendwie ist ja nicht mehr irgendwie ist egal gar nichts versuche irgendwo mal eine neue richtung einzuschlagen ich habe welts gefangen damit kann ich doch gar nichts machen aber noch nicht wo wir hin müssen ja naja wir haben wir im letzten mal ja die riesige insel in anführungszeichen erkundet und erhaben voll auf die fresse bekommen erst vor einem hai angeknuspert werden werden dann von einem warzenschwein umgerannt werden und dann noch vor und von einem geiergüttelt werden als es ein geier war es könnte auch ein adler gewesen sein aber ich sage ich sage es war ein geier irgendwas was fliegt und stein auf uns wirft deine insel eine insel da könnten wir auch dann noch mal noch versuchen am meeresboden noch ein paar ressourcen zu finden ja immer darauf zu brauchen brauchst du essen gerade nicht dann nehme ich das essen und packt da fische drauf jetzt jetzt habe ich da kotzen aufgetan egal ich habe keine planken mehr ich habe vier brauchst du naja ich brauche die planken eigentlich halt nur für nur für den grill wir finden hier auch nirgendwo lud da ist blut 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 aber ich habe eine axt ist auch beinah kaputt ich habe so viele sachen in meiner leiste da unten ich brauche zwei planken für eine axt meine geht schon bald kaputt da kommt ja eigentlich schon vogel ja und ich sehe den vogel wir wollen überhaupt ein besseres ding ist hier ein besseres sperr oder so habe ich das gefühl wir brauchen generell bessere waffen ja so fernkampfwaffen müssen wir mal haben für die vögel und soweit als für die vögel dafür brauchen wir den bogen aber wir brauchen mal und die könnten wir auch machen nur uns fehlt ja noch was das war die angel ich wollte eigentlich den haken auswählen und nein die planke die planke auf die planke wir brauchen wir dann anker wofanker dafür zwei planken und zwei seile haben wir noch irgendwo welches hier nennt oder sind ein paar seile also viele brauche ich ja schon fast daher ganz viele planken let's go ich muss ein anker bauen oder macht du einen oder macht du einen keine ahnung die sähe stehen doch schon hier ja nicht irgendwie weg schön so ist er wirklich schon weg warte 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 was wir muss noch eine ecke von so dingen packen und da jetzt ja moment moment finde ich machen ja 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 ich kann den wofen kann ich nicht nehmen weil ich kein platz wir haben in den wof anker war ja da nicht da nein 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 genau dahin und seine ziemlich auswerfen ist denke ich glaube ich netzen packen letzten sogar ich habe mich ich habe kein dings übrig ja habe 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 ich jetzt ausgebessert ich letztens noch vor aufgehört haben ist mir noch ein gott wir müssen natürlich geht auch wieder nicht dahin ich brauche eine planke brauche ich noch eine planke wo ich noch kommen ein bisschen eine planke eine planke kann ich dich da fast da hinten ein markt hat so nah hatte ich ich gebe dir eine planke hier eine planke hinter dir liegt eine ich habe genug bekommen gerade die planke nehmen die planke trotzdem so ich brauche seine war aber sei da haben wir noch hier so blöde paddel herrscht damit war hinkommen ich habe irgendwie so motor oder irgendwie so auf geht's davor sollte man auch kurz schlafen gehen damit war hat sehen das war erst mal zur insel okay ich bin schon wieder am verhunger mann ich bin am verdursten ich kümmere mich ums trinken da ist es natürlich schon steine am boden stein 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 und angelegte schon vogel da nein hat die vorgleich ein bisschen kaputt gemacht war zwar jetzt auch schon als geerntet hier wieder aber die kartoffel so ich sag mal den schlafen gehen aber ich wollte sehen ja genau wir haben verhungern unsere grille da mit dem kartoffeln ja ich habe keine planken bei pausen planken planken für die grille ja ich nehme immer noch mal echt besser leider verleibt die kartoffeln mal ein und dann kümmere ich mich mal um richtiges essen wissen denn es gibt jetzt als nächstes gibt es ehrenge ja das war ja bald wir sind sogar steine oben verfällt nicht unter wasser hier woher habe ich denn den alten schuh oh mein gott wo ich bin ich gerade geglitscht was ja los möglicherweise könnten sie etwas darin pflanzen ich glaube ich habe ich meine ich glaube ich bin ganz geglädt sich so ein sei gerade ja ich sehe ein seil gerade aber jetzt den stein gehabt sagen aber das habe ich ja habe ich auch gerade versucht das geht nicht warum ich weiß es nicht was ich weiß das ist dass ich hier übelst tunge habe wir wollen wir erst mal schlafen gehen ja ja der vogel mit dem platz ja ich habe auf jeden fall gestochert ja ich glaube ich glaube da heißt da ich habe ja jetzt kommt natürlich wieder diese musik jetzt schon wieder tag geworden jetzt wollen wir gar nicht mehr schlappen jetzt kann tagsüber nicht einschlafen ja hier ist auch ganz essen und für kartoffeln da sind so ist erst mal die die heringe so dann platz ich ihnen noch einen hering doch hier sondern so hat man soweit ich pack mal genau ein fisch drin ich packe mal den die wasserdinger hier ein bisschen näher und am ende wenn ich so weit laufen müssen immer ich nehme es jetzt mal meine meine beraten nein nicht meine gebotenen fische meine fische haben unsere wasser und die wasserbildung sind fertig ich kann sie ernten und ich gehöre ich gehöre ich gehöre jetzt noch ein fisch mehr fischen haben und auch eine melone haben ja 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 wenn du darauf stehst also durst mehr mäßig bin ich fast voll und wenn ich jetzt gleich den fisch neu esse dann bin ich glaube ich muss ich auch glaube ich nicht mehr hungern hier kann ich den haken benutzen aber da hatte ich daher etwa schon wieder angeknuspert naja ich war nur eben bis der fisch fertig ist aber gott er mich ausgewischen ich gehöre zu dir siehst du nicht mein kopf kann man diese diese dinge nicht abhaken ich finde irgendwas neues aber ich finde ja nichts neues ich sehe darum kokosnüsse den orte ton mangos ich habe ich bin schon fast voll ist gerade der scheiß auf dem mango sam kann kann wenig pflanzen aber trotzdem auf immer mehr flanken er hat kein platz in meinem inventar oder ananas geil und ich was ist das da oben das daum ist der kiste oh mein gott ja ich muss diesen sprung wagen ich habe auf jeden fall hier mit teil er hat es will man auch unter wasser ich meine okay ich habe das und das gute woche gut ist dass ich da oben halt halt eine kiste gefunden habe nur jetzt das nächste problem ist wie komme ich hier wieder runter ich finde nichts neues kann ich die querelle da irgendwie abhaken schrott schrott aber mehr als genug irgendwie kann man damit nichts machen ich gehe schon hier ganz tief runter aber ist das also dann schrott nämlich schon gar nicht mehr mit in den sand nehme ich mit hier den stein das stein und 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 ich sollte mal auftauchen ich habe schon lange nicht mehr gesehen ich sehe ich wollte gerade gerade sagen ich sehe ich sehe kein hei ich habe schon lange nicht mehr gesehen also mich im micha hatte gerade angeknuspert aber ja da war ja was muss ich sagen hatte dich auch gerade angeknuspert ja irgendwie ist ja nächstes da sieht es aus als würde es da tief runter gehen stecken war ich die ganze zeit in ruhe gelassen und jetzt lässt sich hier lässt sich nicht in ruhe nach hause kommt ja komm mal nach hause hier sind auch noch bäume und so naja halt wie gesagt was soll ich denn tun ich hatte keinen platz mehr richtig kaputt jetzt jetzt habe ich wieder ein bisschen platz ich merke da war euch drei äxte mit mir warum hast du drei äxte na ja noch eine drifter kunde meiner ist kaputt gegangen kann seine von mir haben ich habe eine waschmaschine das waren scharnierteile gewesen naja ich kann mich nicht mitnehmen nehmen also hast du nachts ja dankeschön ist noch ganz neu ganz neue axt irgendwie finde ich ja nichts müssten irgendwann mal rausfinden wie wir das ganze erd schmelzen können naja warum wackelt dieses fluss überhaupt ich meine dass das hier ist eine riesiges fluss ist dürfte eigentlich gar nicht im packen naja perfekt ist gerade am regnen ich werde mal noch ein paar fische machen man wer wenn nichts dagegen spricht ja ich habe auch ich bin kurz am von gerade ich gesagt ja ich mache ich mache für dich für dich ein paar fische moment da kann man vorher weggehen irgendwie ist ja nix ja das lässt den anker los und setzt die segel trinken ist es dürfte auch gleich fertig sein also ich bin also ich bin fast voll bei beiden fische sind es ein aufbär wenn ich gleich noch eine ladung alles so vor ich war ja ja das und den wer werde ich jetzt auseinander rupfen adios inseln wir kannten uns kaum wir haben uns wir haben uns nicht wirklich gekannt aber irgendwie wachst du da so ich bin voll betrunken ich meine nicht am verdursten ja ja du kannst du die fische gerne nehmen und dann wie gesagt es ist mehr es ist mehr mäßig steht bei mir echt noch gut geht auch viel besser jetzt das was kriege ich nicht ist nicht zu fassen was kann man ja noch bauen ich brauche wo sind die insekten netze irgendwie habe ich noch in die insekten gesehen ja ich auch nicht wirklich ich nehme machen schon sind wir müssen das ding noch mal und die netze sind bei der sammelnetze nägel aber ich planken wie blöd ich glaube ich sehe ich glaube ich sehe dahinten was na scheiße oder eines bloß ja ja bewegt dich wirklich nein vor und getötet schon wieder ja 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 und ich habe mit schiefen bekommen und zwar zehn vögel töten hier da liegt übrigens da liegen übrigens noch federn die kann ich jetzt nicht aufnehmen weil ich keinen platz mehr habe ich auch keine kiste hier wieder weil ich tue mal hier die koffeln rein und die hädchen schenkel und deko muss das und den ron lachs und den welt damit wesentlich der platz habe dieses stück selbst die segel auch auf die insel vielleicht kriegen kriegen wir ein scharnier oder so ich glaube ich muss mal wieder was ist es wie kann es sein dass ich jetzt schon wieder aber okay ich meine im echten leben will bin ich auch ununterbrochen hungrig dass sie echte rap erfahrung bringen uns noch ein bisschen näher ran ich glaube ich sie da oben sogar eine kiste die versuche ich mir natürlich zu krallen ja wir gehen ein naja ja muss man darüber springen sagt alles ein habe ich gedacht und ich habe sogar ein scharnier bekommen ich glaube ich könnte mir ich kann uns jetzt ein mülleimer machen da können wir unsere nutzlosen gegenstände reinschmeißen ja man kann sich hier ein abfalleimer machen das mache ich jetzt auch welcher schule weil ich stelle mal hier unseren abfalleimer hätten so den alten schuh mal hier platziert das macht die fällig und kann es halt ich kann nicht okay wir haben jetzt auf jeden fall ein abfall ja wir können wir können dann die ganzen unnützen gegenstände wegschmeißen und ich habe übrigens ein rezept für eine gebüsesuppe ausgezeichnet wir brauchen dafür vier mal kartoffeln und vier mal rüben ich glaube das haben wir schon lander stand direkt auf zu hervorragend oder sowas in der art ich bin schon wieder den blöden wo frank ich könnte mir eine hängematte machen let go ja ich möchte ich mal meine hängematte da ist mein bett so moment das hier ist mein wird wenn ich will es gerne entfernen schrott haben wir mehr als größer schrott da ist der schrott so viel schrott so pass mal auf ich beziehe zu meiner hängematte ja wo ist die vorderseite leiten dann mal schlafen dann wird es wieder tag wird ja eine sekunde ich tue mir die ganzen ärzte und soweit als hier neben dem forschungstisch müssen wir ja so tierne so wir sind fast da jetzt schlafen erwarte jetzt mal anker richten und fliegen oder wo ich den anker eingepackt übrigens also wenn du jetzt stirbst und ich dich hier auf die hängematte bringen dann kriegst du mehr gesundheit zurück jetzt ist er jetzt ich habe luxus ich habe eine hängematte war da geh runter von mir mir geht auf dein eigenes bett könnte sich einfach eine hängematte habe ich gesagt dass ich wieder hängematte gemacht habe ja könnte sich dann einfach hier ja ich könnte es mir weil ich da dann weil ich die ressourcen dafür hatte was braucht man denn für hängematte du brauchst für uns den planken zwölf palmenblätter sechs nägel und acht federn da ist ja schon die insel und schon unter wasser habe ich alles gelootet wir haben ein haken ist kaputt ist klar ich brauche ich brauche ich brauche ich brauche eine riesenmuschel eine riesenmuschel wir wollen neues zeugs mann wir hätten es vielleicht irgendwie irgendwie mal schlau machen so holen wo wir das ganze finden ananas ja bestimmt irgendwie auf inseln und so ne ja denke ich ja auch da müssen wir erstmal große inseln finden und so ne ich meine jetzt erst mal anders kommt ja schon irgendwie so tief runter vielleicht hinterher irgendwie so kisten ich habe ja mal eine kiste unter wasser gefunden dass die kiste unter wasser gefunden ja jetzt letzte folge oder so deswegen gehe ich ja schon immer hier so genau gucken aber ich finde hier nichts ist immer noch schrott steine trinken und ich muss erst mal was essen aber stück hatte ich das stück schon wieder gebissen kupfer finde ich die ganze zeit aber verbrauchen wir dann gestehen wenn ich angegriffen werde da waren zwei bäume aber habe ich schon abgeholzt ja dann wollen wir gehen was das ist der schrott ich mache ich mal neues gefunden ich habe die ganzen steine mal für exo und soweit jetzt muss ich schon wieder auf gehen irgendwie ist ja nichts ich kann mal gehen ja wir kann gehen muss man ansetzen ich bin sowieso am funger da sind ganz im großen plan ich brauche ich brauche essen und trinken ich brauche nämlich sie mehr nehme ich sie mal die ganzen erz hier neben dem forschungstisch ja genau aller zeug was wir noch nicht gebrauchen können irgendwie naja lass mich mal meinen metallerz zu tun und wir müssen irgendwie wir müssen irgendwie herausfinden wie wir hier im riesen muscheln der ton flossen und lernen können wir was machen vogelnester manchmal ein ort an dem sich sehen möwen abkommt ja züchten aber ich hatte aber halt ausreichend abstand damit die okay wir können uns flossen machen erhöhen die geschwindigkeit im wasser ich lernen lernen wir hatten gelernt jetzt da waren da war schon alles drin war was man dafür braucht also palmblatt planke riesen muschel das haben wir alles erforscht und wenn da wenn du dann auf lernen klickst du klickst er dann kannst du das machen da mache ich auch gleich mal eben hier direkt die vogelnester ich habe was wir sehen paar ich habe ich habe genau den gleichen fehler gemacht wie du letztens ich habe voll viele haken hergestellt ja ja das kann passieren ausrüstung da ausstattung flossen verbrochen wenn dafür seetang gott ich bin von seetang und kletterpflanzen glibber ich habe das kriegen kriegt man alles unter wasser irgendwie da sind glibber ja 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 also wenn wir die flossen anziehen dann sind wir schneller unter wasser du mischstück du mischstück so man sehen ich muss unbedingt wegschmeißen die palmsamen brauche ich erstmal nicht können das war weg wir haben weil ich noch das einfache bett damit und weg damit wir brauchen unbedingt vogelsteuchen wieder die fressen die fressen und unsere ernte weg ich habe keine fische mehr ich habe gerade erst welche gefangen ich nehme ich die ganze zeit von kartoffeln ich habe leider keine angeln übrig und sagen hier ich habe noch eine angeschlagene ich habe noch eine angel übrig meine angeschlagene ich komme ich bin dazu ich bin ich weiß gar nicht warum ich dazu komme wir sagen ich auch ein bisschen angeln ich habe einen schuh gefangen wer wird platzieren da kann man irgendwann einpflanzen ich weiß noch nicht weit wahrscheinlich irgendetwas kleines was kann ich kann die kartoffel da reinpflanzen ich stelle meine schule daneben ausgezeichnet ausgezeichnet ich war noch was auf unsere erde da wird gewässert also ich könnte ich könnte das wasser ja hier in der nähe hinpacken damit wir da direkt da geht es nicht dass das wasser auch selber brauchen brauchen wir brauchen halt unbedingt so und wir müssen dann irgendwie irgendwann mal so eine flasche bauen ja ja damit wir mehr haben mehr haben können ich tue die alles ja schon so platzieren ich tue hat wasser diese wasservorbereiter hier tue ich hier schon in der nähe von denen für eine ernte platzieren damit wir nicht so lange laufen müssen und so weiter das ist gerade sei als wasser getrunken nein normal ist ob ich steuern auf eine insel zu was ich bezeichnet die müssen sogar mal neues jahr abend ich mal planken planken geben wasser hier erwarte mal ich kümmere mich mal eben drum so planken sind platziert jetzt müssen wir nicht jetzt jetzt kann nichts in fischer hören wir sind auch so langsam am stadt vogel ist also dann können sich die möwen ausruhen und dann können können wir sie leichter töten wir sind immer unsere grille finden und sind das ein stein pfeiler ich mache alles noch mal noch hier sand weil es hat hier ein nasser ziegel haben wir ihn schon mal erkundet ja so fische liegen auf dem grill bestimmt wie so eine sache die wir noch nicht erforscht haben die uns hier vor weiter bringt werden die noch nicht erforscht also wahrscheinlich ich würde mal alle sachen wie so abgeht das verzieht auf die insel zu trockenziegel ein trockenziegel an sich nicht sehr aufregend aber wir brauchen einen trockenziegel da könnten wir uns die schmelze machen dann können wir nämlich im metallerz sand und seetage schmelzen aber wir haben nur nasser ziegel naja hat der ding wird gesnackt warte ich kümmere mich drum so die hähnchen kräfte ein paar 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 kräfte drauf können wir ein bisschen schicken ich gehe genügend fisch so so das sehen so leinten kann zum trocknen ich verstehe jetzt verstehe ich es ich brauche hast du zwei sand und zwei mal ton die sind neben der forschungsbank habe ich glaube ich reingepackt die sachen jetzt habe ich nämlich verstanden wieso müssen wir machen wir müssen den ziegel platzieren damit er trocknet na hier ich kann ich kann immer sagen was beim lassen ziegel steht kann zum trocknen auf das floß gelegt werden wir brauchen ein trocknen ziegel dann können wir uns nämlich so eine schnelle schmelze machen und dann können wir nämlich das metall erd schmelzen können wir daraus machen und jetzt schließe ich nämlich der kreis ja bin ich nicht klug ich bin so klug ich bin zu klug ja dann kommen wir weiter dann kann man geilere sachen herstellen genau weitere sachen sachen herstellen hellen und die ganze welt beherrschen ja 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 ich bin ich bin zu klug wenn du mich jetzt nicht hättest naja was würdest du ohne mich machen wahrscheinlich im internet nachsehen dann habe ich mir noch hier so nach schicken wing der schicken weg und schicken legt wenn dann schicken das ist ein schicken bringe dann nehme ich mir auch ein schicken bringe ich glaube da bin ich auch wirklich ganz voll also trinken mehr mäßig bin ich ganz voll hunger fehlen noch so noch ein bisschen schicken wenigstens werde ich und wir kennen wir jetzt hat der trocken ist das würde vielleicht irgendwann zeigen einfach mal ein bisschen ich bin mir sicher sind wird das zeigen eigentlich ich tue mal ich tue mal noch einen jährigen drauf und kann der karton da war es und erzeugt sondern aber zu ich gerade aber ich noch mal besuchen wasser muss was noch da rein in meine kehle in der kehle und da kommen wir mal kurz schlafen gehen damit wir was sehen können ja jetzt habe ich auch zehn gekälte ja genau guppchen guppchen ruhig hört ihr aber jetzt sind wieder hähnchen freuen sehr gut ach so das war ein wahl ich habe ein wahl gesehen er ist schon weg das wollte ich gerade okay heringe bringen aber gar nichts ok legen gehen wir schlafen wäre nicht in meiner kugel hängematte liege luxus sei ich dir luxus so ich empfehle ich hätte wenn man den ziegel gucken ob der trocken ist jetzt ist das noch nass ok tor meere platzvogel habe ich die hähnchen können auch einpflanzen ja was pflanzen wir als nächstes pflanzen als nächstes ketchup ja ja und sind wir auch noch jetzt ist natürlich mal wieder die frage steht ihr auf ketchup oder er auf senf ich bin auch ketchup ich mag beides tatsächlich vor allen dingen wenn man gehen wenn man die beiden teile dann mischt das richtig mal war der hei der hei noch irgendwie wegen was wieder nicht auf die insel ja mein gott okay heute gibt es chicken zum frühstimm kaum am 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 ok ich brauche schon wieder trinken da ich nicht ganz voll bin irgendwie so empfänger und antennenbauplan aber ja aber wir können damit noch nichts machen ein bienenglas mitteilbaren leiterplatte mitteilbaren wissen halt warten bis der ziegel trocken ist ich noch mal mehrere herstellen die kann man ja mit sand und ton davon ja genug sand und ton da mache ich mal mehrere davon wenn er vielleicht mehrere liegen da kann man vielleicht sehen wann die irgendwie ja trocknen kannst farbe verarbeitet werden okay wir können die blumen hat nutzen um farbe zu machen ich habe keine ich habe keinen plan mehr habe ich auch nicht online das ist nicht gut wir müssen irgendwie wieder wieder auf kurs kommen damit wir wieder hier auf treffen das wasser ist still insel ist auch schon wieder weg großartig schon war sie weg dass man zwar vertreiben hat was er kann auch nicht gemacht werden ohne planken nein jetzt was hat er mir eine große muschel kann man damit irgendwas machen wir brauchen frisches wasser wir warten mal und ist der ziel trocken weil ich freue sich darauf geachtet ich wollte in der nähe ich bin dort ja ja das nehme ich mir ich sehe lud blut da ist blut und ich habe keine harten sind genug drin er in einer der kisten ja ja ich habe ja ich habe ja welche aus versehen gestellt die ganze zeit da muss ich gar nicht einsammeln doch muss ich sagen jetzt einfach da an ein ding weg das ja auch super wunderbar ich weiß ob die ganze diese eine breite zu kriegen gesagt ich krieg dann einfach nicht da rein da mein gott wir brauchen wasser und wir brauchen warum trinken wir müssen wir müssen wieder eine insel finden mit mir wieder ein paar bäume abschneiden können ja planten kriecher die ganze jetzt gehe ausschließlich auf die planken ja und auf die palmen blätter und auf die fässer und der haja oder snack direkt ersetzt also schon ersetzt dieses was es wird mein sein deine ziegel sieht anders aus trockenziegel auf dem jahr gibt mir den ziegel mit dem ziegel gefunden erforschen und erforschen und erforscht ich möchte eine schmelze lernen ok 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 oh mein gott wir brauchen insgesamt sechs trockenziehegel damit wir die schmerzen machen können so alles andere habe ich zusammen so glaube ich ein paar gesteckt haben wir ein zwei drei vier dann stelle ich uns mal ein paar ziele ich hoffe ich habe genug sein ich glaube nicht dass wir genug sand haben verdammt und sand ist unten oh mein gott dafür wissen wir irgendwann mal wieder eine insel finden ja ja dann musst du auf sand suche gehen naja aber ist gut jetzt noch mal wieder vorschritt so ein bisschen naja jetzt wir haben jetzt heraus und wir wissen jetzt über wie man eine schmelze machen kann und wir wissen wie wir eine schmelze machen machen können wir nämlich die können wir nämlich die ganzen das ganze eisen rr zum teilbaren verarbeiten und jeder der minecraft gespielte ich bin auch verdursten nicht am vonger gott ich mir nur ein wasser irgendwie viel mehr jetzt das sind dekorationspaket die trockenziegel sind alle fertig ich mag die mal nehmen der in der forschung stings hier ja ich habe ein offenes buch bekommen jetzt habe ich auch wieder ganz viele planken jetzt kümmere ich mich erst mal wieder um um unser überleben essen läuft wieder ja trinken läuft auch ich muss was trinken und schon kartoffeln die haben pflanzen wie blöd jetzt habe ich auch mal wo sind unsere grille da ich brauche zu essen hühlerkeule ok wo wir sehen bienenstock kümmerlich gut um bienen und die bienen um honig warm zu bekommen wie ein glas zum zum bienen kann man schon empfangen war also ein insektennetz topf verarbeitet basisnahrung zu erstaunlichen mahlzeiten kombiniert nahrungsmittel zu fantastischen getränken stationäre anker lässt lässt sich den fluss ankern tisch kann netzwerfer richtigen auf ein tier um es zu fangen gott wir brauchen unbedingt mitteilbaren oder wahrscheinlich wahrscheinlich eigentlich alle arten von tieren so da ist eine große insel eine sehr große das ist eine sehr große insel mit sehr viel lot da machen wir mal ein abstecher zu ja die ist die sehr groß ich hoffe aber nicht dass es jetzt dieselbe insel ist wo wir letzte fresse bekommen haben ich glaube nicht weil ich mir so egal ob so ob sache lud wir habe ich schon sagen jetzt bekommen nein das ist entfernung gekommen was haben wir ja noch ich kann mir nicht merken was den blöden anker finde ich habe mich um neues wasser ich muss was essen ich habe nur noch die helfer an hunger so man ich sehe dahin schon gar ja nein aber sogar ich sehe ich habe ihn auch gesehen was egal ob so aufsache lud und verlaufen finden da ich noch gar nicht mehr so stück habe schon wieder ersetzt ok da müssen wir sand finden ja sand brauchen wir da kann man mir auch wieder ums essen wo seine trockensteine nicht hier platziert habe neben dem feuer alles sehe ich alles zu denen ich nicht genommen wir haben glaube ich ich glaube vier ziegel am oder fünf wir haben vier ziegel außer du hast dahin noch im inventar ich habe die jetzt hier eingeteilt in die kasse nein nein den habe ich nicht mehr ich wusste den für die forschung einsetzen also ja also ich brauche insgesamt sechs ziegel dafür okay sand findest relativ easy eigentlich ja gleich darum muss aber ich muss ja erstmal noch die katapulier platzieren so gut dass er anker platziert ja jetzt machte ich auf der suche nach sand auch geht es nicht mehr genau wie man erkennt aber wird schon mit schon klappen ist unter wasser und natürlich wieder vor allem verhungern und alles möglich aber sagt sand sand sagt dann ich weiß gar nicht mehr wieder aussieht ich habe einmal sand ja also einmal sand dann holen noch mehr sand was ist das weil weil ich komme mir kommen nämlich so eigentlich gerade gar nicht weg weil hier schwimmt ein hei rum ja ton ich mein turm bauen wir auch verstellten brauchen wir auch irgendwie sehe ich nicht den unterschied zwischen sand und ton ich habe ich habe zweimal sand ich glaube ja verharren hier ein bisschen bevor wir da auch losgehen auf die insel ja ja ich gebe dir mal den sand und hier gibt es einen ok ups ne das weiner muss ich viel machen brauchen er so ihre crea vogel stück da warte 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 bleib stehen ich gebe dir sand da hast du sand so daher macht aber naja eine sekunde da haben wir noch ton irgendwo herne ich glaube am ton noch ja kann ich doch mehrere herstellen dort zwei habe ich hergestellt vom schlafen legen noch platzieren ich bin mal hier war ok kokos und kokos zu erzeugen hat einfach mehr heilen einfach mehr durst als essen ja und belohnen auch irgendwie alle früchte habe ich so viel oder gemüse das schon platziert der geier sonst noch nicht gesehen sehr gut ja es ist gut wenn der geier uns nicht sieht dann schlafen gehen warte ist ja noch mal zu essen irgendwo ja ich muss vergessen sag muss man ja dann kann man den part leicht beenden nachdem wir uns hier noch alter dieses schein und dann kommen wir voran hoffentlich soweit die theorie soweit die theorie und sobald wir unsere schmelze haben fange ich ja nur unsere mit teil teilärzte zu schmelzen ja wenn ich das dann gemacht habe so soll ich dafür dass wir noch mehr lernen genau tun wir erstmal ja ein bisschen auf der insel erfahren ja ich sage machen wir hier einen schnitt beim nächsten mal ja jetzt habe ich die kartoffel gegessen dann sehen wir uns beim nächsten mal wenn wir hoffentlich ja ein bisschen besser gerüstet sind endlich ne ja also dann schau leute schau